so hallo zusammen herzlich willkommen zu einer neuen folge far cry 5 ja heute geht es weiter ich habe schon ausgewählt hier vorne gehe ich jetzt zum nächsten ding hier schwimmig besser gesagt so da vorne ist nämlich auch was hier genau fort drop man genau also da gehe ich jetzt hin und ja mal schauen was wir heute so noch erreichen vielleicht schaffen wir heute schon endgültig diesen jacob zu töten ich habe mir gedacht heute wähle ich mal mein helfer aus so aber diesmal genau der nervt mich bisschen deswegen kommt mein guter cheeseburger gleich na wo ist er doch kommt ja süßer kleiner bär schön als der gefällt mir auf jeden fall gut gehen wir da rein kommt leute kommt mit alle zusammen im moment da seiner aber der ist weit weg ja vielleicht schaffen wir heute wirklich diesen ganzen jacob zu erledigen und hier die whitetail mountains zu retten wie süß dieser bär ist der gefällt mir richtig gut so rein da das wird das werden die bestimmt nicht erwarten hier dass hier so einer rein kommt aber geht es hier rein halt die klappe und wo ist er mit wem soll ich denn hier reden da vorne okay und wo ist das mach bitte die musik aus aber bär kommt hinterher oder auf dem dach zack dafür gebetet ich hab den arfen könig gebeten dass jesus kind und sogar den valentins typen ein zeichen zu senden zu zenden und schon bist du da ja hört euch sagt ihr mal was diesen trug zu holen wird nicht leicht werden wir nicht leicht werden und das scheiterte sektar haben wir doch nun das Wow, haben wir okay. Ja, so macht man das. Könntest du bitte die Musik ausmachen? Oder muss dieses Radio hier zerstören? Nee, geht nicht. Schade. Na gut. Zum Wachtturm? Ist das da irgendwo? Komm, gib mal ein bisschen Gas hier. Könntest du ein bisschen schneller fahren? Ich will heute noch was erreichen. Und diese Musik, da habe ich Angst, dass mir YouTube diese Musik hier... Sperrt. Wie fährt der denn? Alter, es ist ein schlechter Fahrer. Was macht der denn? Fahr doch einfach dahin! Komm, komm, zack, zack! Was soll es hier so lang? Und setz dich mir gescheit hin. Die Musik macht mir richtig Angst, oder? Diese Musik, die klingt so, als ob die Copyright geschützt wäre. Ja, endlich. Komm. Ja. Ja. Ja, und dann da rein, oder? Ja. Komm, angreifen. Das wird lustig, Mann! Ich werde zu richtig wendermäßig abgehen! Oh, keine Ahnung! Wenn du es richtig anstellen, möchte ich dich vielleicht immer sein, dass ich gerade ausprüche. Oh! Oh! Okay, also... Die gute Grace muss auch immer dabei sein. Ah, ne, der hat mich gerettet. Okay. Du, aber pass auf auf meinen Bären, ne? Scheiße, das ist da oben. Da oben ist irgendein Scharfschutz, deswegen schießt er auch dahin mit dem Raketenwerfer. Alles gut. Ja. Scheiße. Ja, aber ich habe auch keine Munition mehr für das Ding. Was sind die denn? Hier ist keiner. Komm. Ja. Ja. Wir müssen uns da einfach ransteigen. Wie? Komm. Okay, also wir haben es geschafft, ja. Und welcher Truck hier? Hier. Ja, komm. Schon wieder so einer, der so langsam läuft. Ja. Komm schon. Ach. Wo? Ja, gut. Also dieser Wachtturm, der... Da müssen wir ein bisschen warten, bis wir den betreten können. Feuer! Das Feuer wird größer! Ja! Dann pack deine Raketen! Oh! Bär! Oh! Oh! Schau, was dieser Idiot angerichtet hat. Anstatt einfach den Scharfschützen... Ach du Scheiße, alles verbrannt. Naja. Ja, was ist hier? Ist doch nichts. Zeit für Schritt 4. Der Truck ist ja ganz da unten. Wahrscheinlich warten noch mehr Peggy davon. Ja, rutsche ist das A und B. Wir rutschen da runter und schleichen uns an wie Vollkastenintern. Ja. Scheiße! Ja, Mann! Mist. Schleichmodus, oder? Scheiße, ja, Mann! Komm, ein bisschen schneller. Ich darf mich nicht zu weit von dem entfernen, deswegen... Muss ich immer ein bisschen warten. Das war mega lustig, wollen wir kommen später wieder und machen das nackt! So, wo ist hier dieser Pickup? Gehen wir mal da runter. Gehen wir mal da runter. Ja, und wo ist er? Da vorne, glaube ich. Da vorne ist eine Hütte. Oder? Ja. Ich ändere die Position. Und hier kann ich nichts machen. Oh, 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 oh! Hallo! Danke! Ne, Moment! Ich muss erstmal hier schauen. Warte! Nehmen! Halt die Klappe! Ja, warte! Ich muss auch warten auf dich! nervt mich nicht da erlebt wieder erlebt wieder nichts darf man mal machen ja so das hat mich genervt ich wollte ihm eine kleine lektion erteilen und nix der ganze scheiß noch mal oder was wird er nicht schnee wir sind schon da ok ich gehe darauf genau und der bär steckt ein nee nee warte 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 race im zoll nein wir sind in schwierigkeiten treib mal in die kühlboxen guck ob noch ein paar feuer und das noch übrig sind und für mich sind wir wenn möglich ich ändere die position von hier kann ich nichts machen boah die typchen lässt dich auf Das war's für heute. Ja. Ne gut. ja ja weil ich ein held bin weil ich der pro bin hier keine sekte mehr habe schon genug von sekten hier hier dieser pick up und dann ist auch gut und hier sind bestimmt schon welche oder so und das reicht auch hier mit unserer kooperation hier fertig nochmal mal mache ich das nicht mehr ich habe sie geholt mit deinem sohn ich habe sie geholt mit deinem sohn rede mir kurz jr was passiert hier gerade ich dachte du wärst stolz auf mich na gut der wird hier du na gut dann wolltest du arbeitest jetzt für mich ne du arbeitest für mich ich arbeite bestimmt nicht für den na schön was ist dein verdammtes problem ja so der nervt mich ok mach und den kann ich jetzt fahren na Moment ich muss das auswählen so Grace Moment ich muss den glaube ich umparken so dass die Grace hier fahren kann ich würde gerne schießen und du fährst bitte genau fahrer wechsel ja Mensch Grace ja fährst du oder nicht fahr doch ich sag dir doch fahr doch ich ich fahr hier ne die dumme sau ja ich liebe dich doch hörst du auf mich nicht wie diese blöde Grace will ich hier nicht fahren so wo ist der wartet der mit seinem feuer das brauche ich nicht den genau das ist hier nein jetzt habe ich den ach komm egal so ja kommt wenigstens fährt hier mal einer fährt mal einer das gibt es doch nicht oder will ich hier keiner fahren fährst du mal Mensch das gibt es doch nicht oder kann mal endlich einer fahren glaube ich nicht glaube ich einfach nicht so fahr hier selber gibt es doch nicht dass mich hier keiner fahren will hier früher haben die mich doch immer gefahren jetzt was ist jetzt gar nichts scheiß penner ich rufe die hier und die machen mir nichts ja wer weiß für wie lange so wird die mich ärgern in die luft zu jagen falls er dir irgendwelche hellengespinste über abgerichtete Affen erzählen will ignoriere ihn einfach ich verstehe nicht ich verstehe wie dieses System richtig funktioniert weil normal ist es ja so ich steige hinten auf und dann fährt mich irgendeiner von meinen helfern und jetzt wollten die nicht keine ahnung warum die standen da und machten nix also sowas mache ich dann auch nicht und dann erledige ich das lieber alleine ist dass es mich hier die leute nerven nicht schon wieder oder Moment was geht hier ab was geht hier ab keine ahnung was flugzeug ist weg wut woopse wer ist hier wer wer kämpft für wen ja gut 18 von 20 menschen befreit sehr gut wir werden immer besser sichere die kreuzung so wenn mir keiner helfen will dann helfe ich mir selbst irgendein professioneller gibt es irgendeinen professionellen typen der ok gut kommen und greift ok jetzt müsste er nicht fahren was wo denn ich sehe keinen damit geht es doch leichtsinnig die sind so blöd ach schon fertig also das geht einfach genau so also wissen ganz knapp daran ja ich glaube in der nächsten folge machen wir das ja jetzt ist es immer noch da das haben wir auch noch zu machen hierbei in dingen in handball river ja bei lackford lake ist auch da wir haben noch viel zu erledigen deswegen neben mission befreit insekten außenposten kommen fährt mich irgendeiner diesmal nein 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 ja aber einsteigen tun die ne ja unlogisch ah 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 da 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 befreien 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 ich hätte nämlich wirklich gedacht dass der cool den scheiß langsam lassen würde aber es verschwinden nein leute ich weiß nicht so recht irgendwas sterben super ja wir müssen es herausfinden wir haben uns in der untersteine boah geil ja geschafft geil wir sind schon da wir sind schon da ja nicht die nicht die wen wen hier jetzt werden wir verführt aber das machen wir in der nächsten folge bis dahin leute like das und abonnieren kommentieren teilen und in der nächsten folge geht es weiter also bis dahin macht gut und tschau euer gaming freak ja